Nach der blamablen 4 zu 1 Niederlage gegen Japan sah der DFB schon direkten Handlungsbedarf, was die Position des Bundestrainer betrifft. Und so wurde Hansi Flick schon nach dem ersten der zwei Länderspiele in der aktuellen Länderspielpause entlassen. Muss man nicht unbedingt nachvollziehen, ich hätte ihm das Frankreichspiel noch gegeben, auch wenn er danach auf jeden Fall hätte entlassen werden müssen. So werden dann aber am Dienstag Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner als Trainertrio auf der Trainerbank Platz nehmen. Mal schauen wie das ausgeht, ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltsam und könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man da nicht unbedingt verliert. Aber mal schauen, könnte auch eine Klatsche geben, darum soll es heute aber nicht gehen. Denn nun muss man eben langfristig, auch wenn man jetzt die drei auf der Bank hat, einen Trainer finden. Oder kurzfristig, je nachdem, es gibt natürlich die Möglichkeit einen Trainer für die nächsten neun Monate einzustellen. Also ab jetzt bis die EM gespielt ist im eigenen Land. Oder man findet halt direkt eine langfristige Lösung für die kommenden Jahre. Und da gab es jetzt einige Kandidaten, die eben genannt wurden, die ich heute mal ein bisschen besprechen will. Und dann habe ich auch noch den ein oder anderen anderen Vorschlag. Also noch Trainer, die so gar nicht in den Medien vorkamen, die ich aber gut fände. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und Top-Favorit scheint aktuell Julian Nagelsmann zu sein, der ja vom FC Bayern freigestellt wurde. Da aber dennoch noch unter Vertrag steht. Und ja, schön und gut, er ist Top-Kandidat, aber er muss es halt auch wollen. Und ich glaube, das ist so mit das größte Problem. Vielleicht hat er Bock drauf, aber ich weiß es halt nicht. Da müsste man halt mal anfragen. Rein von der Trainerqualität kann er das natürlich machen. Er kennt die meisten Spieler, sei es von Hoffenheim, Leipzig oder Bayern. Er ist halt noch recht jung als Trainer, was als Nationaltrainer schon recht ungewöhnlich ist. Und er ist auch ein Trainer, der taktisch wirklich auf höchstem Niveau agiert. Wobei er seine Spielphilosophie so wahrscheinlich nicht umsetzen könnte, da sein System schon sehr komplex ist. Und als Nationaltrainer hat er einfach nicht die Zeit, das da einzustudieren. Deshalb kleine Bedenken, aber er ist da ja auch flexibel. Ich denke, er könnte auch auf eine simplere Spielweise setzen und das Spielermaterial auf jeden Fall gut coachen. Er hat immerhin länger wie Hansi Flick als Cheftrainer auf Top-Niveau trainiert. Und mal schauen, was daraus wird. Nächster Kandidat ist Oliver Klaasner, der ja bei Frankfurt zuletzt entlassen wurde. Und da bin ich zwiegespalten. Einerseits ist er Österreicher. Muss man für sich selbst wissen, ob das ein Ausschlusskriterium ist. Da halt eben noch nie jemand anderes wie ein Deutscher die Nationalmannschaft trainiert hat. In dem Fall ist er aber dennoch deutschsprachig als Österreicher. Hat auf jeden Fall Erfolge vorzuweisen. Gerade der Europa-League-Sieg mit Frankfurt ist vor allem in den K.O.-Spielen dementsprechend gut gewesen. Hat Frankfurt ja auch ins Pokalfinale geführt. Und gerade das würde natürlich auf jeden Fall Sinn machen für eine Nationalmannschaft. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob der da auch Lust drauf hat. Muss man schauen. Matthias Sammer ist der nächste Kandidat, der auf jeden Fall die Kompetenz hätte. Aber eben seit fast 20 Jahren nicht mehr trainiert hat. Wäre natürlich eine sehr kreative Lösung. Ob er das hinbekommen würde, bezweifle ich mal. Aber ich weiß es letztendlich auch nicht. Wäre er auf jeden Fall auch ein Kandidat. Genauso wie Rudi Völler, der es auch langfristig machen könnte. Wovon ich allerdings kein großer Fan bin. Hat jetzt nicht den besten Nachweis als Trainer. Ist halt auch eher einer von der alten Generation. Würde ich jetzt nicht unbedingt befürworten. Dann kommt natürlich Jürgen Klopp, zumindest sein Name, ins Spiel. Aber das halte ich generell für recht unrealistisch. Auch wenn er wahrscheinlich von allen Namen hier der mit Abstand beste und qualitativ geeignetste Kandidat wäre. Aber er hat bis 2026 Vertrag in Liverpool. Er ist generell jemand, der seine Verträge erfüllt. Und gerade jetzt kann man ihn, denke ich, auf keinen Fall von Liverpool loseisen. Weshalb ich jetzt direkt übergehe zum nächsten Kandidat mit Stefan Kunz. Und da ist es natürlich so, er hat für den DFB mit der U21 echt gute Arbeit geleistet. Aber auch aktuell mit der Türkei ist er so ein bisschen am struggeln. Und deshalb weiß ich jetzt nicht, ob er der Beste wäre. Zudem ist er da ja auch unter Vertrag. Müsste man ihn loseisen von der Türkei, weiß ich nicht, wie realistisch das wäre. Auch wenn er von der Kompetenz her gut reinpassen würde. Er kennt den Verband. Aber ja, schwierig. Miroslav Klose wurde auch noch genannt. Aber ganz ehrlich, da würde ich Abstand von halten. Hat in der Bayern-Jugend trainiert. Und dann eben in Österreich bei Alltag bei einem Abstiegskandidaten. Und wurde da dann auch recht schnell entlassen. Und ich glaube nicht, dass das der beste Nachweis ist. Auch wenn er für den DFB natürlich gute Dienste vorzuweisen hat. Aber das heißt jetzt nicht, dass er eben auch ein guter Trainer ist. Auch Jürgen Klinsmann wurde genannt. Aber ganz ehrlich, da würde ich Abstand nehmen. Und zum einen von seiner Qualität als Trainer. Auch wenn die nicht unbedingt ganz schlecht ist. Aber jetzt auch nicht überragend. Und zum anderen ist er ja gerade erst Nationaltrainer Südkoreas geworden. Auch da müsste man ihn loseisen. Und dafür ist er jetzt nicht unbedingt der Top-Trainer, dass man das machen sollte. Auch Lothar Matthäus wurde genannt. Aber schließt das selbst schon aus. Deswegen will ich da gar nicht allzu viel zu sagen. Er hätte natürlich die Autorität für die Mannschaft. Die Mannschaft würde ihn definitiv respektieren. Aber ich glaube als Trainer ist er nicht unbedingt am besten aufgehoben. Und das würde ich schnell abhaken. Dann noch ein Name, der vor allem von Stefan Effenberg in den Raum geworfen wurde. Mit Felix Magath. Und das finde ich gar nicht mal so abwegig. Natürlich wäre es jetzt nur für den Zeitraum bis nach der EM gedacht. Aber ganz ehrlich, könnte man machen. Er ist natürlich jemand der alten Garte. Aber ich glaube, das könnte der Mannschaft auch gut tun. Da hätte man jemanden, der wirklich knallharte Ansagen macht. Auf denen die Mannschaft auch hören sollte. Und der halt eben, was den Spielstil angeht, eher auf einen pragmatischen Fußball setzt. Aber genau das braucht man ja bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, er würde dafür sorgen, dass die defensiven Fehler abgestellt werden. Ganz ehrlich, ich finde es nicht so abwegig. Auch wenn viele darüber lachen. Auch ein Louis van Rael wurde genannt. Und jetzt gehen wir so ein bisschen über zu ausländischen Trainern. Auch wenn van Rael noch so ein bisschen Deutsch spricht. Das wäre dann wirklich jemand, der nochmal so frischen Wind reinbringt. Auch wenn das sich jetzt ein bisschen komisch anhört bei so einem alten Mann, sage ich jetzt mal. Aber ich meine das einfach so, dass er von wo ganz anders kommt. Den DFB so nicht kennt und da dann einfach seine Philosophie umsetzen könnte. Er kennt noch Spieler wie Müller. Okay, viel mehr wahrscheinlich nicht. Neuer vielleicht noch, der aber auch gar nicht da ist im Moment. Aber ich glaube, er kann die Mannschaft auf jeden Fall auf seine Seite ziehen. Und auch taktisch ist er eigentlich kein Schlechter. Ist ja auch bei der letzten WM, sage ich jetzt mal, nur im Elfmeterschießen gegen den späteren Weltmeister ausgeschieden. Ausgeschieden mit der Niederlande. Die Frage ist halt, ob er überhaupt noch einen Job haben will. Dann auch noch bei Deutschland. Gerade wegen seinem gesundheitlichen Zustand. Ein weiterer Name ist Zinedine Zidane. Und ganz ehrlich, dagegen spricht natürlich, dass er kein Deutsch kann. Aber ansonsten würde viel dafür sprechen. Zum einen kann er auf jeden Fall mit Stars umgehen. Er hat einen recht pragmatischen Spielstil. Also jetzt taktisch nichts Überragendes. Was aber zur Nationalmannschaft passt. Setzt er halt einfach die Stegen seiner Spieler ein. Er umschalt Fußball. Beziehungsweise jetzt kein krasser Ballbesitz Fußball. Was halt eh nicht wirklich klappt in der Nationalmannschaft. Aber man muss halt sagen, inwiefern ist das realistisch. Ich glaube, er würde es nicht machen. Auch wenn man ihn anfragt mit einem guten Gehalt. Da ist, glaube ich, der nächste Schritt für ihn eher die Nationalmannschaft von Frankreich. Oder ein französischer Verein. Glaube ich jetzt nicht, dass er das machen wollen würde. Und dann habe ich noch selbst, wie vorhin angesprochen, vier Vorschläge. Beginnend mit Teach, dem ehemaligen brasilianischen Nationaltrainer. War ja da tatsächlich sehr lange im Amt. Seit 2015 bis zur letzten WM. Und ich muss sagen, Brasilien hat da meiner Meinung nach den schönsten Fußball gespielt. Klar bringt nichts. Aber es war halt eben auch erfolgreich. Nur ist man dann halt eben gegen Kroatien in der Verlängerung ausgeschieden. Aber ansonsten war Brasilien da für mich mit die beste Mannschaft. Auch wenn man es in der Nachbetrachtung nicht unbedingt so sieht. Aber ich finde, er bringt auf jeden Fall alles mit, um attraktiven Fußball zu spielen. Ist natürlich die Frage, inwiefern er Bock darauf hat. Hat bis jetzt nur in Brasilien in seiner Heimat trainiert. Seines Klubs oder dann eben später die Nationalelf. Dementsprechend auch eher unrealistisch. Aber ich habe einfach mal auf dem Trainermarkt gesucht, wer aktuell frei ist. Und wollte den Namen einfach mal reinwerfen. Und wen ich da noch gefunden habe, war Antonio Conte. Und das würde ich vom Spielstil her extrem feiern. Da könnten wir hinten den Bus parken und einen richtigen Konterfußball spielen. Der aber auch erfolgreich ist unter Conte. Das Ding ist halt, er ist eine sehr schwierige Persönlichkeit. Zerwirft sich oft mit der Führung von seinen Vereinen. Dementsprechend würde ich ihn halt eben nur für das Turnier holen. Und er spricht halt eben natürlich auch kein Deutsch. Ist natürlich ein Risiko insofern. Aber er steht eigentlich für Erfolg. Egal wo er war, außer Tottenham. Aber das ist ein anderes Thema. Und daher auch eine coole Lösung, wie ich fände. Dann noch ein Vorschlag, der so ein bisschen in die Richtung von Oliver Glasner geht. Nämlich auch ein Österreicher mit Ralf Hasenhüttl. Der natürlich nicht unbedingt den besten Arbeitsnachweis hat. Hat eben Leipzig trainiert. Dann jahrelang Southampton. Aber ich fand, er hat da wirklich einen guten Job gemacht. Zudem hat er einen interessanten Spielstil. So ein bisschen ein Mix aus RB-Fußball und trotzdem Elementen im eigenen Ball besitzt. Von daher könnte er da auch gut passen. Und zum Abschluss habe ich noch einen Vorschlag, worüber jetzt wahrscheinlich einige lachen werden. Aber wenn wir jetzt mal zurückschauen. Und 2002 sollte Christoph Daum Nationaltrainer werden. Dann ist er es aber doch nicht geworden aufgrund der Kokain-Affäre. Und es wurde Rudi Völler. Nun ist es eben Rudi Völler, der zumindest interimsweise übernimmt. Aber wie wäre es denn, wenn wir jetzt den Spieß umdrehen. Und nun nach über 20 Jahren doch noch Christoph Daum als Nationaltrainer bekommen. Ganz ehrlich, ich finde er hat auf jeden Fall den Arbeitsnachweis, dass er als Trainer geeignet ist. Ist natürlich auch einer von der alten Karte. Was ich aber gar nicht mal schlecht fände für den aktuellen Kader. Da fehlt so ein bisschen an Disziplin und so weiter. Also er ist natürlich eigentlich schon in Rente. Aber mit 69 glaube ich schon, dass er es noch machen könnte. Ich weiß nicht, ob er selbst Bock darauf hat. Ob die Fans darauf Bock haben. Ich fände es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es erfolgreich wird. Ich meine schlechter, wie es aktuell ist, kann es ohnehin nicht werden. Das hätte natürlich auch großes Meme-Potenzial. Aber ganz ehrlich, beim DFB wurde jetzt selbst Hansi Flick zum Meme. Und daher würde ich jetzt gar nicht so viel finden, was dagegen spricht. Aber ja, ist natürlich auch nur ein Vorschlag. Wie die ganzen anderen Namen hier auch, sind alles erstmal nur Kandidaten. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer es am Ende werden wird. Und wie zeitnah man jetzt einen neuen Trainer vorstellen kann. Weil ja, die Zeit rennt auf jeden Fall. Der Trainer muss da natürlich auch mal schauen, dass er noch den Kader zusammenbekommt. Für die nächste Länderspielpause. Je nachdem, wann er eingestellt wird. Bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu den einzelnen Kandidaten. Wen würdet ihr kategorisch ausschließen? Wen würdet ihr tatsächlich gut finden? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Und dann würde ich gerne ein wenigstens. 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 Und dann würde ich gerne ein wenigstens.